historische ursprungsgeschichten des würfellosen brett näher hin des schachspiels gibt es ebenso viele wie für das hazard spiel von dem in der letzten folge dieser videoreihe die rede war geografisch werden sie mal nach griechenland in babylon in china indien persien und arabien verordnet nicht nur hierodot der den lüdern die erfindung aller spiele zutraute außer jenen auf dem brett ohne sie freilich gleichzeitig den griechen anzudichten sah einen wesentlichen unterschied zwischen glücks und geschicklichkeit spielen auf der einen und brettspielen auf der anderen seite die differenz ist für historikerinnen zunächst entsprechend chronologisch aber auch betreffs ihrer gesellschaftlichen funktionalisierung der sozialen geltung und ethischen beurteilung lassen bereits die frühesten erzählungen vom ursprung der spiele wesentliche unterschiede erkennen dienten würfel und beispiele bei herodot und anderen der lustvollen und oder therapeutischen entlastung von den beschwernissen des lebens oder gar des todes was wollte man den spielern böses eben genau diesen herbeiführte steht zumeist neben der eher sekundären unterhaltung die rolle des brettspiels für die erziehung zu vernunft weisheit und moralischen werten sowie strategien der praktischen herrschaftsausübung der gesellschaftlichen oberschicht im zentrum der ursprungsmythen im grunde also herodot bildet eine bemerkenswerte ausnahme in deutlichem kontrast zu den aliaspielen obwohl die frühesten quellen des brettspiels aus arabien stammen verlegen diese den ursprung des spiels einhellig nach indien aus indien sind allerdings aus der gleichen zeit keine belege zu finden auch die archäologie hat weder bretter noch spielsteine nachzuweisen und die klassischen schriften der brahmanen schweigen sich aus eine figur eines elefantenreiters der in paris aufbewahrt wird wird bisweilen als königsfigur eines frühen indischen schachspiels identifiziert da sie ähnlichkeit mit jüngeren schachsets aus anderen regionen aufweist allerdings ist sie sehr groß und schwer an praktisches spielen ist kaum zu denken von den anderen figuren fehlt jede spur erste hinweise in genuin indischen quellen sind erst aus dem 17 jahrhundert überliefert und bestätigen die viel frühere erfindung in indien nicht die älteste und auch im deutschen mittelalter bekannteste erzählung von der erfindung des schachspiels stammt aus arabischen quellen und führen eben nach indien in das mythische königram shishrams das für seine tyrannei bekannt war um den herrscher in taktvoller weise auf seine verfehlungen aufmerksam zu machen erfand der weise brahmane sissa eben daher das chaturanga die mutmaßliche urform des schach chaturanga ist eigentlich ein begriff der die indische heeresordnung bezeichnet diese ist im sanskrit epos mahabharata beschrieben und aus der zeit zwischen 400 vor christus und 400 nach christus von einem spiel ist dort allerdings nicht die rede vermutlich handelt es sich aber ursprünglich einem um ein modell der heeresaufstellung möglicherweise wurde auch mit figuren verschiedene heeres taktiken simuliert von einem spiel im engeren sinne wird erst in eben jenen arabischen quellen gesprochen bei dem spiel so der plan des erfinders soll im spielverlauf unter beweis gestellt werden dass der könig trotz er die wichtigste figur des spiels ist nichts ohne seine untertanen ausrichten kann shishram gefiel das spiel es unterhielt ihn ausgezeichnet und machte ihn sogar milder gegenüber seinem volk zum dank wollte er sissa einen wunsch erfüllen was immer es auch sei dieser verlangte nichts geringeres als ein weizenkorn und seine jeweils exponentielle verdoppelung nach der anzahl aller schachfelder die vermeintliche bescheidenheit kränkte den könig angesichts seines großzügigen angebots zutiefst und mobilisierte erneut sein aufbrausendes und grausames wesen er ließ sissa in ketten legen und das todesurteil sprechen kurz vor der hinrichtung aber hatten sissrams schischrams mathematiker endlich errechnet dass die summe rund 18,45 trillionen weizenkörner ergab der könig voller bewunderung und amüsement ob sissas gerissenheit begnadigte ihn und machte ihn kurzerhand zu einem berater fortan regierte er mit weisheit und kluge erwähnung seine erste vernünftige entscheidung soll dann auch gewesen sein sissa nur so viele weizenkörner zugestehen wie er zählen konnte einer jüdischen legende nach ist salomo der erfinder des schachspiels den deshalb und weil er könig war niemand besiegen könnte in ihm fließen singuläre weisheit und königtum bereits zusammen seine prädestination zum schachsieg ist also doppelt providenziell als er eines tages wie so oft mit seinem berater benaja spielte ließ sich salomo von einem streit auf der straße ablenken so dass es benaja gelang einen stein des königs vom brett zu entfernen daraufhin verlor salomo das allererste mal schwer verdrossen die partie und ungläubig seine weisheit verloren zu haben stellte der könig die partie nach und findet die wahrheit heraus anstatt sein berater zur rede zu stellen wendet er eine list an um ihn selbst zum beständnis zu zwingen dafür überredet er selbst in ein diener kleid gehüllt zwei diebe in den palast zu kommen und die edelsteine des königs zu stehlen als diese dem verlockenden angebot nachkommen schließt salomo die diebe ein und ruft am anderen morgen den gerichtshof zusammen ihr wahrheitsliebenden gesetzes urkundigen männer sagt an wie soll ein dieb bestraft werden der bei der tat ertappt worden ist und noch dazu ein dieb der den könig bestohlen hat daraufhin glaubt benaja es sei von ihm die rede und gesteht beim schachspiel betrogen zu haben ihm wird verziehen und die eingeschlossenen edelsteindieme werden zum tode durch den strang verurteilt die so genannte weizenkorn legende um den indischen schach erfinder sissen eben da hier wie der arabische dichter al-sabhadi sie erzählt und von der unterschiedliche quellen mehrere im detail abwärtende versionen überliefern mag als ältestes anwendungsbeispiel von schachmathematik und als geburtsurkunde der exponentielle funktion gelten auch in der rezeption der legende gelten zunächst solche aspekte als besonders erwähnenswert die weniger auf die eigentliche spielhandlung und den daraus sich ergebenden materiellen und oder immateriellen gewinn abzielen sondern mit der auslegung der unvorstellbaren und unzählbaren summe von weizenkörnern in seinem murouj al-dahab die goldwiesen und edelsteinwiesen berichtet der arabische philosoph und historiker al-masoudi im kontext eines vergleichs zwischen nard und schach dass die inder mit der berechnung der exponentielle funktion am schachbrittin lauf der zeit und der zeitalter den göttlichen einfluss auf die beschaffenheit der welt und ihre verbindung zur menschlichen seele erklärten in einem späteren kommentar fügt al-masoudi außerdem hinzu dass der erfinder des schachspiels an den freien willen glaubte während der erfinder von nard ein fatalist gewesen sei der mit dem spiel beweisen wollte dass der mensch nichts gegen sein schicksal auszurichten vermag und dass es wahrlich weise ist das eigene leben in übereinkunft mit den entscheidungen des zufalls zu gestalten ibn shalikan arabischer biograf und rechtsgelehrter erläuterte in seinem werk das ableben bedeutende persönlichkeiten und die nachrichten über die söhne der zeit die legende von sissa dahingehend das spiel als das hervorragendste mittel zur verehrung der religion und der ganzen welt als grundlage der gerechtigkeit sowie für die einübung in die kriegskunst angesehen habe letztere zuschreibung ist thema einer anderen ebenso weit verbreiteten und bis ins europäische mittelalter allseits bekannten ursprungslegende in der das schachspiel zur ablenkung für einen vom krieg regelrecht besessenen indischen könig erfunden worden sein soll da er aber bereits alle völker unterworfen hatte und keinen gegner mehr fand gegen den er hätte kämpfen können wurde er krank vor langeweile ein philosoph in manchen quellen ist es wie der sissen ihm da hier in anderen bleibt er namenlos lehrte den deprimierten könig wie er in der ermangelung echter feinde auf dem schachbrett trotzdem macht ausüben und kriegstaktiken ersinnen konnte den impliziten befriedungsgedanken fokussiert eine andere wahrscheinlich noch vor mohammedanische quelle in der das spiel von einem indischen könig gerade deshalb erfunden worden sei damit die anderen monarchen ihre streitigkeiten auf dem brett ausfechten konnten anstatt blut zu vergießen die funktionalisierung des brettspiels als kriegssimulation und trainingsmittel kennen ähnliche quellen die schach als lehrmittel für junge prinzen ansehen die aufgrund eines mangels an praktische erfahrung ein kompetenzdefizit als herführer fürchten mussten deutsche autoren vor dem 13 jahrhundert verordneten die herkunft des schachspiels in der regel nach griechenland vor die tore trojas wahrscheinlich vermittelt durch die legende der mythische troja kämpfer palamedes dem die antiken autoren unter anderem ja auch die erfindung der würfel zugeschrieben hatten dieser hätte nach europäischer vorstellung auch das brettspiel erdacht das als schach das einzige nicht mit würfeln gespielte spiel auf einem brett welches man deutschen sprachraum kannte missverstanden wurde die mittelhochdeutschen autoren kennen zwar den mythos der erfindung der spiele vor troja der name palamedes fällt in diesem zusammenhang allerdings nirgends obwohl die figur selbst aber hinlänglich bekannt war wahrscheinlich aus dem verlorenen ebenen des sogenannten epischen kyklos im umkreis von homers elias und odyssee in der fortsetzung von konrads von würzburg trojaner krieg ist der erfinder nisus der freund des euralius und begleiter des eneas beide figuren gehen auf vergils eneas zurück wo sie im fünften buch zunächst als herausragende wettläufer eingeführt werden später treten sie als torwächter trojas auf die die burg gegen den angriff von turnus und der rotula verteidigen insbesondere nisus wird von vergil als hervorragender sperrkämpfer bogenschütze und mutiger krieger charakterisiert die verbindung von schachspiel zum schachspiel scheint der anonyme fortsetzer selbst auf grundlage des palamedes mythos gezogen zu haben dieser solle das brettspiel ja angeblich vor den toren trojas während seiner belagerung erdacht haben varro varro attacinus wusste darüber hinaus in seinen agonautika zu erzählen dass durch das brettspiel die unruhen des müßigen heeres gedämpft worden seien noch polemon sei vor troja sogar noch der stein auffindbar gewesen auf dem die griechen das spiel getrieben hätten manche antiken autoren sehen in diesem palamedes von eubäuer auch den schöpfer der anordnung des heeres und der schlachtenreihe in vager kenntnis verschiedener solcher narrativer versatzstücke dichtete der anonyme verfasser der trojaner krieg vorsetzung vornehmlich auf grund auf grundlage des angeblichen augenzugens zeugens bericht eine eigene ursprungsgeschichte des schachzabels bilds während der belagerung der stadt anlässlich der rückkehr des achill und triumphs über hektor halten die griechen spiele ab dass sie durch fröhlichen schimpf hurben ritterlichen gelimpf zerehren den held achillen unter anderem siegen ajax und euleus im wettkampf nicht gefolgt von polypotetes nicht also euralius dem nisus zum sieg verhalf wie vergil erzählt stattdessen du ward auch schachzabel erdacht und ward auch für die herren bracht und der dieselben listen fand der was nisus genannt ein hell an künsten us erwählt derselbe künstereiche held der die kunst erdachte und das spiel durch den krieg der allzu zill und er in mit urlüge was aus den urlügen erlass beide lage und striet und dazu strietigliche niet und all die feindlichen sitte die den urlügen wonnet mitte das noch bezeichnende spiel im kontext der antiken rezeption ist schach also auch noch für die höfischen epiker wenn auch als kunst und im umkreis der unterhaltsamen spiele bezeichnet ein ausgewiesenes kriegsspiel das aufgrund der erforderlichen kenntnis kriegerischer taktiken sowohl der eigenen als auch der feindlichen seite erfunden wurde es zeigt sich aber dass schließlich die erzählung von der erfindung des schachspiels durch sissa eben daher als weisheits und gerechtigkeitsbelehrung des grausamen königs die maßgebende für das europäische mittelalter werden sollte allerdings transferiert an einen anderen für die höfisch christliche kultur bedeutungsvollen ursprungsort und sachlich getrennt von der weizenkornlegende die eine eigene tradition begründete das arabische narrativ floss ab dem 13 jahrhundert über jacobus de cassoles liba de moribus oder auch kurz de ludo chacorum schriftliterarisch umfänglich auch in die deutschen reimbearbeitungen von heinrich von beeringen schachgedicht ca 1290 bis 1300 das schachzabel buch kunrads von ammenhausen 1337 die schachbücher des pfarrers zu dem hechte 1355 und stefans von dorpat 1357 bis 1375 sowie jakob mendels schachzabel aus dem 15 jahrhundert ein von denen die version kunrads die umfänglichste und mit abstand am häufigsten überlieferte ist sie erzählen kunrat einmal mehr als cassoles und kontextualisieren die erfindung des spiels im alttestamentarischen babylonischen königreich nebukadnezas und seines sohnes ebel moradoch sowie als das modell eines idealen christlichen staates dem ein untadeliger tugendreicher herrscher in demut vor gott vorangeht von cassoles erhält der erfinder der schachspiel den namen xerxes und einen ursprung während der belagerung trojas glaubt der autor explizit nicht wohl aber dass es in kaldea erfunden wurde und über die vermittlung eines gewissen diomedes den griechen bekannt wurde die es durch alexander den großen in ägypten und den rest der welt verbreiteten ein guter philosophus und rechter meister von orient hieß in kaldeischer zungen xerxes auf griechisch philometor und lateinisch amator justitie was auf deutsch der maße oder der gerechtigkeit ein rechter minere bedeute der sprechende name lässt bereits erahnen welche ethische bedeutung kunrat im folgenden dem schachspiel zuschreiben wird xerxes ist entsprechend als ein mann eingeführt der bekannt dafür war sein leben um die gerechtigkeit zu geben bereit zu sein weshalb ihn die kaldea baten dass er etwas war also von seinem herzen erdachte dass er den könig brachte von unart und unsitten evil moradach war in seiner grausamkeit und resistenz gegenüber gutmann im rat sogar noch so weit gegangen dem rat eines falschen freundes zu folgen und die leiche seines vaters in nicht weniger als 300 stücke zu zerhacken und von geiern fressen zu lassen da er befürchtete er könne als wiedergänger seine herrschaft erneut beanspruchen so erfand der weise philosoph das schachspiel womit er den grausamen evo moradach mit hovelichen dingen und mit furge zu einem guten und gerechten könig hat umerziehen können zuerst aber lehrte er allen anderen am hof lebenden jungen wie alten freien rittern und knechten weisen und dummen die um die kurze wiele dankbar waren die ihnen das kriegsspiel zweier könige und ihrer heere spendete dass sie daher mit krieglichem schalle viele stunden trieben dadurch wird auch der könig der sich sonst von niemandem beraten oder gar strafen ließ auf das spiel aufmerksam und bitte xerxes um unterweisung der antwortet ihm er werde ihn gern zum meister ausbilden wenn der könig bereit wäre mit züchten und mit sänftigkeit die er mürtig sein schüler zu sein und zu lernen was einem könig geziemt überraschenderweise findet der sonst so renitente evo moradach diesen vorschlag gefürge und harte billig war ich weiß viel wolle dass kein mann kunst noch vorgelernen kann er müsse im nachgang sittiglichen mit züchten des fest da nicht mich als entfaltet das spiel seine wirkung noch bevor der könig auch nur ein stück gezogen hat antwortet ihm der philosoph ich bin das frohe könig der ist dass ihr die wiese hand dass ihr furg und unfurg verstand wann das zimt im könig wohl der könig erlernt das spiel und lässt bald ab von seinem bösen verhalten und grausamen wesen nicht nur das spielhandeln selbst wirkt positiv auf seinen charakter sondern zudem lehrt ihnen die bedeutung der einzelnen schachstücke und ihre züge im spiel gutes höfliches verhalten begriffe aus dem höfischen wertekanon wie vorge zuchte tugende er ruhrm hovelich werde kate und gut wiederholen sich in der passage daher signifikant häufig schließlich ist der könig so tugendreich dass er sich sogar zu rechtweisungen wegen seiner verfehlungen gefallen lässt kunrad resümiert über diesen erziehungserfolg in einer gegenüber kesoules eigenen passage so zwölte ich dass alle herren werden gemurrt dass sie strafen hätten für gurt und mitten das in übel start so mögen alle jungen in adeligen bereits in ihrer jugend lernen strafe für fehlverhalten demütig entgegenzunehmen aber wie in der arabischen erzählung vom indischen brahmanen sitzen eben da hier wert auch ebel moradachs sanftmut nicht lang er druck sags ist sogleich mit dem tode wenn er ihm nicht sagen wolle warum er das spiel erfunden habe die bereitwillige antwort wendet sich als rezeptionsanweisung für das adelige publikum auf das schachbuch zurück da der könig nicht nur grausam und ungerecht gewesen sondern auch vor allem gegenüber jedem rat der weisen am hof verschlossen war die ratgeber sogar mit mord verfolgt hatte habe er ein mittel erfunden wie er lernen solle guten rat anzunehmen diese belehrung funktioniert nun aber deshalb weil so führt konrad schon zu beginn des dritten kapitels aus es werde kurze wie le seid oder tourt in schimpfe etwas so findet er ferre dester bass männigen folgerer wird es ja auch danach schwere man liet es doch bester bass den guten rat der meister solle ebel moradach mit ihm die jungen adeligen rezipienten des schach buchs mit beschädenheit annehmen so lernten sie gerechtigkeit und die gabe der eigenen affekt kontrolle sind selbes hart gewalt indem sie den rat demütig und dankbar annehmen anstatt die ratgeber zu strafen das motiv des belehrungsbedürftigen ungerechten herrschers dessen verhalten mit hilfe eines schachspiels korrigiert wird begegnet als erzähl kern auch unabhängig von den erfindungslegenden des spiels im zentrum solcher erzählungen stehen situationen wichtiger diplomatische entscheidungen bei denen wahrhaftige und oder falsche ratgeber ihre rolle spielen eine in dieser hinsicht exemplarische passage aus der arabisch überlieferten geschichte der almohaten des 13 jahrhunderts nimmt ein schachspiel zum anlass einer list welche die habgär und selbstüberschätzung des kontrahenten zugunsten eigener diplomatischer interessen auszunutzen weiß muhammad almutamid ibn abad der letzte herrscher der abadiden dynastie und einer der meistgerühmten dichter von al-andalus war dem könig von galizien alfons dem sechsten als wasall untertag dieser gab sich mit keinem jährlichen tribut zufrieden sondern griff die muslimischen nachbarstaaten immer wieder mit seiner mächtigen armee an um sie zu schwächen im amal mutamids vezier der durch seine herausragende begabung in der poesie die kunst des die gunst des fürsten erlangt und dadurch zu amt und würden gekommen war kannte alfons als einen ehrgeizigen mann der leicht zu gewinnen war sobald man seinen geschmack seine launen und einfälle kannte er ließ ein besonders kostbares schachspiel anfertigen mit dem er sich an alfons hof begab und den könig von dem kostbaren spiel wissen ließ kannst du gut schach spielen meine freunde sind der meinung dass ich ziemlich gut spiele gab ihm amad zur antwort man hat mir erzählt du besäßest ein prachtvolles schachbrett es ist wahr her könnte ich es vielleicht sehen gewiss aber unter der bedingung wir wollen spielen und wenn ich verliere so gehört das schachbrett dir wenn ich aber gewinne musst du jede forderung die ich die stelle gewähren es sei man brachte das schachbrett und alfons ganz erstaunt über die schönheit und zierlichkeit der arbeit rief indem er das zeichen des kreuzes schlug guter gott ich habe niemals geglaubt dass man ein so künstlich gearbeitete schachbrett anfertigen könne als er es zu genüge bewundert hatte fuhr er fort was sagtest du noch herr welches waren die bedingungen nachdem ihm amad sie wiederholt hatte sagte alfons nein mein gott ich spiele nicht wenn der einsatz mir unbekannt ist du könntest etwas von mir verlangen was ich nicht imstande bin dir zu bewilligen wie du willst herr erwiderte ihm amad kalt und befahl seinen dienern das schachbrett in sein zelt zurückzubringen natürlich gab ihm amad nicht so leicht auf und bestach im folgenden eine reihe von alfons vertrauten wenn sie ihn dazu überreden wollten sein blanco versprechen für seine forderung zu geben die attacken auf die arabischen basalen in zukunft zu unterlassen wenn du gewinnst herr wirst du ein schachbrett besitzen um dass jeder könig dich beneiden muss und solltest du verlieren was könnte dann dieser araber von dir verlangen wenn er eine so unbescheidene bitte tut sind wir dann nicht da um ihm vernunft zu weit zu bringen so willst so willigte alfons in ein spiel unter ihm amads bedingungen ein der um die sache regelrecht zu betreiben sich unter den von ihm bestochenen verrätern das königs einige zeugen für den so geschlossenen vertrag auswählt natürlich verliert alfons die partie woraufhin der arabische visier seine forderung formuliert alfons erblasst und überlegt hin und her wer aus dem dilemma entrinnen könne schließlich weigert er sich schlicht die erforderung die forderung zu erfüllen was gibt mich denn am ende seine bedingung an ich kehre mich nicht im geringsten daran und werde meinen weg verfolgen die verräter allerdings erinnern alfons an den vertrag den er mit seinem blanke versprechen eingegangen war und für den sie selbst als zeugen fungierten mit den worten herr das hieße die ehre verletzen das hieße das gegebene wort brechen du der größte könig der christenheit bist nicht im stande etwas derartiges zu tun schließlich willigt alfons ein die überfälle einzustellen den konsens vorschlag dafür im aktuellen jahr den doppelten tribut zu erhalten nimmt ihm amma an und beeilt sich das geld umgehend zuzustellen über die wahrhaftigkeit oder falschheit der involvierten ratgeber ist auf beiden seiten nicht leicht zu entscheiden zunächst einmal schließlich handelt es sich ja um eine islamische quelle ist der christliche herrscher der ungerechte kriegerische tyrann dem gegenüber der heidnische könig als weiser dichter auftritt der einen ebenso weisen in der dichtkunst ebenso wie im schachspiel talentierten und für seine diplomatischen zwecke über das wesen des feindes bestens unterrichteten ratgeber zur seite hat dieser visier ist zugleich eine schachfigur die anders als die heutige dame in ein feld diagonal zieht und zwar um den könig zu decken und nicht von ihm zu weichen sowie ihn vor schach und matt zu schützen wenn es ihm angesagt ist und er muss vorangehen und ihm zu siegen helfen wenn das spiel gut geht eben in dieser rolle vermittelt ibn amma für seinen könig er mächtigt sich der treue von alphons korrupten ratgebern und bietet und bietet ihm letztlich schach in zweifacher hinsicht auf dem brett und in den diplomatischen verhandlungen denn diejenigen die das gebot hätten abwenden können waren vom gegner sowohl als wirkliche gefolgsleute wie als schachfiguren bereits genommen es ist nicht ohne witz dass unter dem einfluss des islamischen visiers die falschen berater könig alphons für die notwendige erfüllung seines blanko versprechens ausgerechnet an sein christentum erinnern dem er wenn auch zähne knirschend nachgibt schließlich war die erfüllung eines blanko versprechens unter betrügerischen umständen aus christlicher sicht nicht unumstritten während die feingeistigkeit muhammad al mutamids und seines treuen veziers betont werden erscheint alphons der christ nicht nur tyrannisch seine herrschaft intern von korrupten ratgebern bedroht und von seiner religion moralisch unterworfen sondern zudem gehabgierig und nur an der schnöden kostbarkeit der schachbretz als einem ökonomischen besitz interessiert während er vom spielen selbst wenig zu verstehen scheint gegenüber den zeitgenössischen christlichen erzählungen die nicht müde werden die aus einer providenziellen disposition resultierenden unsiegbar unbesiegbarkeit des königs im schach zu betonen drückt sich alphons vor dem spielen der christliche eroberer in der erinnerung des islamischen historiografen erscheint als minder zivilisiert kulturell intellektuell und schließlich politisch unterlegen umgekehrt lassen die europäischen quellen die christen die heiden in gleicher weise übertreffen sie spielen besser schach und nicht gegen profanen einsatz wie die muslime sind die geschickteren diplomaten und letztlich moralisch politisch wie militärisch erfolgreicher jeweils den das schach spielen als diejenige exklusive kunst an der sich das niveau der kultur zu erweisen hat und sich fremdes vom eigenen scheidet bei jacobus de cassoules und seinen deutschen bearbeitern folgen aber noch zwei weitere wirkfunktionen des schachspiels die für den belehrungsbedürftigen könig ebenso relevant sind wie für die rezipienten der schachsabelbücher sie sind schon in den bereits zitierten arabischen legenden angelegt vermutlich flossen hier verschiedene motive zusammen die cassoules als mündlich tradierte erzählstoffe gekannt haben mochte das spielen schaffe nämlich auch abhilfe gegen müßiggang dem die wohlhabenden in friedenszeiten leicht verfallen eine nicht zu unterschätzende gefahr die schon den erwähnten indischen könig in therapiebedürftige depressionen gestürzt hatte denn der müßiggang so weiß auch kunrad ist ursache für üppigliche truigkeit die säle seele und leibschade zusammen mit der wollust verführe der teufel mit ihr die seele des menschen und mache auch vor geistlichen nicht halt wenn er sie unmüßig vorfindet das assertive verständnis eine stelle aus uviz remedia amores verurteilt den müßiggang als ursache für gottes lästerei und unkeuschheit mit der warnung vor akedia und tristitia und desperatio die mit dem schachspierenden bekämpft werden könnten wird seine bedeutung in den kontext die derjenigen geistlichen übungen der askese im anschluss von matthäus 12 34 bis 37 gestellt die gegen die sieben sünden wieder den heiligen geist zu mobilisieren seien die desperatio nach thomas von aquin eine der sechs töchter der akedia versündigte sich demnach gegen die hoffnung und den glauben an die erlösung die keine verzeihung vor gott finde wie akedia und tristitia sei sie eine waffe des teufels und einfallstor der gottesentfremdung der dritte grund für die erfindung des schachs gibt kunrad mit dem natürlichen wissensdurst des menschen an der allzeit nach weisheit strebt in dem spiel seien verborgen togen manniglich hoffentlich list weshalb jeder der das spiel bis ins letzte ergründen und verstehen wolle sinnerich gedenke und klurk sein müsse das notwendige wissen um die geheimen bedeutungen zu vermitteln ist nun aufgabe und inhalt des schachbuchs es tritt in die position des weisen philosophen und ratgebers der mythischen ursprungslegende wird zum medium der belehrung junger adliger waffe gegen die übergriffe des teufels und bei demütiger annahme der erteilten ratschläge zum garant individuellen seelenheils die leser sollen das schachspiel zum anlass nehmen es nicht nur auf verschiedene arten und zu unterschiedlichen gelegenheiten zu betreiben sondern auch darüber zu sprechen und zu schreiben wie das geht führen jacobus de cassoles und die bearbeiter seines erfolgreichen traktats ja selbst vor indem sie von schachspielen antike und biblische exemplar und sentenzen ableiten die ihrem publikum lehren guter standesgemäßer lebensführung sowohl im spiel als auch in der konversation geben wollen und dafür den gegenstand in diesem sinne selbst spielend erzählen umkreisen auf den inhalt dieser lehre die sich der ursprungslegende und der darlegung der gründe für die erfindung des schachspiels anschließt kann an dieser stelle nicht näher eingegangen werden da sie für das erzählen vom schachspielen in der mittelhochdeutschen epik weit weniger beziehungsweise nur im einzelfall von bedeutung ist als die politischen sozialen gesellschaftlichen ethischen und religiösen implikationen von denen die ursprungsmythen des spiels künden ein abschließendes zitat soll hier dazu genügen ihnen ist ein grundsätzliches formungsprinzip gemein dass verschiedene sozial und berufsgruppen auf die figuren einer partei eines schachspiels aufteilt diesen figuren dann normvorgaben zuschreibt und schließlich diesen wertbegriffen einzelne sentenzen und exempel zur verdeutlichung beifügt im kern exempel sammlungen und mit hin in ihrem symbolischen verfahren der normvermittlung anderen sammlungen an die seite zu stellen bedienen sich die schachzabel bücher gleichzeitig einer ausgefeilten sie insgesamt prägenden gesellschaftsmetapher folglich wirken symbolische komponenten in ihnen gleich auf mehreren ebene gesellschaftsmetapher folgenden gesellschaftsmetapher folgenden gesellschaftsmetapher folgenden gesellschaftsmetapher folgenden